Ich glaube, die Leute wissen gar nichts von diesem Insider, dass du Tchao heißt. Bisschen in der vierten Folge. Das ist Tchao. Yes. Dach, Kinder. Ich bin Tchao. Das ist Tchao. Wir skippen, weil wir sind keine Star Wars-Fans. Ein bisschen doch. Nein, wir sind Hangover-Fans, deswegen Tchao. Hangover-Fans. Es ist Tchao. Er ist Tchao. Ja, ich bin der Tchao. Und damit ein herzliches Willkommen bei der vierten Folge. Unter anderem auch auf der Stream-Bar. Nicht nur auf YouTube. Ich bin bisher immer noch der einzige YouTuber, der... Finde ich traurig. Ich bin eine Minderheit. Auf dem Teams-Weg. Das ist belastend. Oh, guck mal, da ist der Anakin. Boah, ist das ein hässliches Faggot, ne? Das war so ein Schrott-Sammler, oder? Ja, das ist der Schrott-Sammler. Und dem gehört der Anakin und seine... Da gibt's auch ein Clone Wars. Also nicht den gleichen wahrscheinlich, aber... Oh ja, da wollte ich... Oh ja, 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 das Level. Das ist gut, das ist ein gutes Level. Das ist ein gutes Level. Ich freue mich immer, wie wir das zu zweit spielen. Boah, das habe ich immer mit dem... Weil das mit... Das kannst du ja auch mit Raumschiffen machen. Da bin ich immer mit Raumschiffen... Das wusste ich gar nicht. Oh, wie da ist. Okay, äh, wie steuern wir das? Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Gas geben kannst du, glaub ich, von selbst. Du musst... Oh, okay, ich bin grün, ich bin grün, ich bin grün. Oh, gut zu wissen. Okay, okay, immer auf die Boost-Felder. Ja, macht Sinn. Aber sonst gibt's nicht. Also, Gas kannst du nicht. Aber es gibt einen kleinen Geheimweg. Aber die, die, die... Oh, die kenne ich gar nicht. Guck da oben. Da musst du halt ein gewisses Schiff haben. Von den Imperialen. Okay. Aber ich glaube, du kannst auch... Das Ding ist, ich fand die Mission immer sehr schwer. Die, nehmen... Die Mission war immer sehr schwer. Ja, die ist... Die ist schwer. Schwere Mission. Hab ich mir... Das ist ein Podracer-Game. Warum sind da Taliban... Ne, Taliban nicht. Taliban! Ne, Tasken, Tasken war es. Taliban! Tasken, nicht Taliban. Die war... Du bist auswählen, Taliban. Ey, ich überhole dich, ja, und dann wirst du so noch voller geboostet. Boah, ha, ha. Was? Was ist nicht verleiht? War das die zweite Ampel? Oder bei der Schmassen? Wow, wie viele Ampeln gibt's denn hier? Das sind keine Ampeln. Das sind Minikids. Das sind Ampeln. Das... Ampeln. Minikids. Ampeln. un-mininimimimum. Ich glaube, das sind Ampeln. Und man macht... Ah, die habe ich immer richtig Manni gefarmt, wenn ich irgendein Charakter wollte. Ja. Das ist eine... Nein, aber es gab auch noch ein anderes Level, wo es richtig für Manni... ja genau das eine von wo du gegen dach morgens diese eine stelle gibt es da da gibt es viel geld auf so einem dach ich weiß nicht auch bei lego starvus 3 dass ihr die erste das erste level da kann man auch richtig gut fahren mit den raumschiffen wo man alles zerstört hat man nein das war nicht bei lego starvus 3 das war das war das erste von der dritten folgen genau das erste von der dritten folge von der ersten vom dritten film du bist scheiße du bist nicht stehen das ding gefahren ja unter anderem auch niemand haben oder machen wir im starvus universum ich würde ja aber ich dir auch nicht warum du würdest du was brechen dazu sollte man ein schlag schau sich gerne sachen bricht und sehr oft in was bei der zeit du hast dir bei einem high five den finger gebrochen bei einem high five ja hier ist bescheid und mit dem fahrrad alles gut freundlich die also ein variadies wir sind jetzt schon mal rein hat sich in den trug ist wenig man will das war mal mal jetzt das muss schicksal drücken drücken mal hin denn mehr wir müssen beide auf den Türen nicht immer nur ich müssen ja ich weiß das könnte ignoriert haben wir gesagt dass es ist wir sind ja so ist es einfach nur den Typ anzuholen also fahren wir ein bisschen Peter Rezept obwohl wenn du hier was bricht wert hat wieder lustig ich spreche mir nichts ja noch nein das bist du schon dann erst bei der nächsten dann ist der inbegriff werden ja wahrscheinlich wir werden auch noch was brechen also ich meine wir werden ja noch ein video machen genau das wäre okay ist immer weiß ich nicht ob ihr das sehen werdet weil es ja leistet aber wenn man kann ein aktiver folgt wird das wahrscheinlich schon gesehen haben denn dieses video ist ja das viertel werde ja nicht allein an einem tag aushauen und niemand an einem tag sehen komisch aber ich glaube ich werde sehr sehr viel zeit in die bearbeitung investieren wir haben ja aber es ist doch auch schön um zu labern wir werden so eine kleine real life story ich überlege gerade ob ich mir auch wirklich so klassisch so ein call of duty gameplay reinpackt einfach weil zu mir ich kann zwar keinen call of duty spielen aber in b3 habe ich raps gerissen b3 kommt jetzt erst raus der drei beta hatte ich gespielt haben aber diese augen leter ich habe von einem kollegen beta g bekommen also von einem youtube kollegen ich bin grün es ist eigentlich voll cool so ein portraiser zu machen wenn ich verwechselt vielleicht vielleicht wird es auch gleich vorbei sein ich weiß es nicht recht aber jetzt können wir ja leihens hand über leihens hand und dann den leihens nachdenken wie wäre das herz und über eine kettensäge oder leihens als hand ich komme um leihens als hand wäre leichter zu leben und tut auch mehr weh ich hätte gerne beides um mir mit der kettensäge den leihens von der hand abzuschneiden abzuschneiden der hekt das ist wirklich wie sie meinen von hand abschneiden vom haublech ein die münchen doch was ist deine hand ich bin ja auch nicht so ein konsolero und autospieler ist recht ich bin ja auch nicht so ein konsolero und autospieler ist recht so was auch nur ohne loch ja wenn du aber wir sind wissen dass wir dabei am anfang an gewöhnt in ein braunes loch einzugehen ja mal sie du weißt aber sie wird es nicht sehen der schaut sich so dass wir sie haben guck mal wenn du nach hinten gehst und wenn du nach vorne gehst dann kannst du ein bisschen mehr power guck mal nach vorne die ganze Zeit weil guck ich geh nach hinten ich geh nach vorne ich geh nach hinten auf damit ich geh nach vorne ich geh nach vorne ich geh nach vorne ich geh nach vorne jetzt haben wir es verloren wegen dir nur wegen dir die ganze zeit du drückst aber auch nicht nach vorne man doch du ich nein nein deswegen bin ich ja auch vor hier ich drückte nach vorne jetzt haben wir wegen dir verloren jetzt hätten wir gewonnen drückte nach vorne ich rückte nach vorne nein du bist du nicht doch tue ich du bist ist so genau ISO Mathe das ist voll unangenehm im Daumen Alter kennst du das Level nicht wenn es runter gehen musst du rechts links nicht also die mit die steuerung von dem ist kack nein auch mein Daumen ist so ekelhaft können wir das machen Liga Daumen muss immer nur auf die Leertaste boxen boxen mein Daumen boxt du holen hurra die geteilt oh mein Gott guck wenn wir beide auf so ein Fältchen gehen dann sind wir beide schneller weil wir ungefähr also weil wir dann zusammen einen doppel boost haben so oh motion blur ist da muschis du musst nach links jo ich bin erst 10 Jahre später auf links das war knapp das war knapp oh mein Gott alter du bist Realschüler aber verstehst noch nicht mal was blau und grün ist jetzt bist du farbenblind oder was böschen 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 jetzt rechts links also ich hab uns wieder verwechselt du bist so ein richtiger Schmuck schmuck ja links mann rechts ist voll klasse aus dem 3 booster du musst links und dann rechts und dann wieder links ja dann kannst du alle booster nehmen ja aber die sind alle kaputt warum sind die eigentlich booster damit wir den Schwanz überholen können ne ich mein warum sind wir warum sind Taliban und Booster auf der Strecke soll es lieber Taliban und Rockstar oder Taliban und Rinos oder Taliban und Monster sein ne das ist doch gar nix das ist doch nur eine scheiß romante Strecke sein wir haben die gleich wir haben die gleich wir haben die gleich wir haben die gleich geh doch auf die Bucht nochmal ich bin erst mit uns trauen wenn du heim mit uns bist oh mein Gott wir machen das jetzt just do it man just do it just do it du bist der blaue ich bin jetzt am treihaden also ich bin jetzt am treihaden rechts rechts links ich bin am treihaden was soll ich machen ich bin am schwitzen ich bin am treihaden drück dir einfach gerade außen ich bin am treihaden du bist auch so ein treihader ich habe gleich in Hand links ok man links rechts wir haben es wir haben es wir gewinnen hab ich gewonnen hab ich gewonnen hab ich gewonnen weißt du kannst auch ein einspieler modus machen machst du mal ein einspieler modus dann versuch ist noch also ich weiß dass wie sie heute machen wir gleich ok wenn wir die runde jetzt verlieren ok dann machst du zuerst immer nicht ok ja ich mache ich das ja erstmal sie halten sich zu machen ich warte wenn wir es verlieren dann mache ich ich habe schon ein ziel oder 2 2 1 und jetzt müssen wir so pass auf wenn ich auf ein spieler modus es bist du mein bot ist zu schlecht die welt es ist so schau jetzt bin ich hier der boss der boss ist am start kids boys and girls mal gucken bei den vierter und viele runden du brauchst um das zu schaffen ich sag 2 kokheim locker ist sie locker riesig ich bringe schade er steht hat er steht er steht hat er steht hat er steht er steht er hackt er hackt er steht hat ja gut habe ich gesagt ich bin ein toller potterieser bin raser rasa raser der potrasse nein du überholst dir alles aus wie potrasse die potrasse ich bin der tun für schassende zu hackstücken der ne 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 das war nur das war war er zuerst zu zweit waren weißt du deshalb haben wir halt Zeit verloren komm ich möchte es auch mal du kannst gleich ja die längste folge ja aber ist egal die leute schauen ich werde es gewinnen weise locker ist sie locker locker von mir sind bist du mir sind hat die wappel packt haben wir talban ist man die ja auch taliban können so halb auch taliban können schießen wie ein stormtrooper jetzt holt er die hexe raus ok ich mache mir einen kommentator er ist auf der ziegelrate will hier natürlich grün überholen hier den booster den ersten booster und er kommt um die kurve nächster booster er ist ihm schon auf den schlichen auf der schliche ist er auf der schlafen und und auf der fliffe wo er rückt immer näher er kommt um die kurve rechts lang links lang durch die grotte die liebesgrotte wie ich sie gerne nennen da kann man auch sein schwanz rein stecken ist immer sehr gesund so oder durch den erst und da hat er verkackt er ist scheiße als das wurde er wurde sogar gehittet denn er hätte den stand hier nicht eigentlich nicht der taliban hat natürlich ihm ja auch noch mehr ein herz rausgerissen aus dem pot racer der hat auch herzen der hat auch gefühle und sieht schlecht für ihn aus wir sind die auf der ziegelrate erster booster und zwar der dritte vierten von 20 25 13 der booster gegner fast im ziel und der letzten booster und der verkackert welchen lange folgen kann du hattest zwei hat den ersten booster hier verfehlt ich würde dir ich würde vorschlagen du nimmst den dann nicht nur gegen die kraft ist war nicht gut scheißliche die liebesgrotte hier noch mal links reicht reicht vor allem fliegt darüber juckt die marke so geht es auch der junge sagt verstehst du weil er fliegt und das lustig er hat sich an den runter gehauen ha ha doch nicht auf der ziehe gerade und einmal und zweimal und alle verfickt noch mal joja dreimal wir haben es geschafft wir haben wir mal easy beim ersten versuch woher hat er jetzt das geld er steigte aus dem pot racer und hat sofort das geld macht sinn scheiß am logik jetzt länger ja ich habe hunger alles klar so mache ich das naja ich mache das wirklich so wenn die xbox nicht funktioniert dann gebe ich mal einen schlag drauf wenn die td nicht raus geht es nämlich ich glaube ich habe einen pot racer gewonnen funsch gott die sind waren waren jedes ich möchte aber lieber an es ist glaube ich nicht gut so viel von 160 steinen und marie diese war auch hast ja klasse hast ja klasse so und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder hoffentlich ich hoffe es doch nicht okay dann lassen wir es einfach sein oder auch nicht vorgedreckte bierer schuss